SRF Audio Hier ist das Regionaljournal Aargau-Soloturn. Heute Mittag sind das die Schlagzeilen. Ein Mann, der zu Brugg, seine vierjährige Tochter, schwer verletzt hat, wird wegen versuchtem Mord angeklagt. Der Stadtrat von Olten nimmt einen neuen Anlauf und will mit den Steuern hoch. Und die meisten Badis schauen auf einen schlechten Sommer zurück, allerdings nicht alle. Am Mikrofon ist Andreas Brands. Zweimal hat der Vater seine kleine Tochter auf den Boden geworfen, mit dem Kopf voran. Das Mädchen ist schwer verletzt worden. Jetzt ist der Vater angeklagt wegen dieser Tat vor zwei Jahren zu Brugg. Und zwar wegen versuchtem Mord. Durch Bruno von Däniken. Zumindest am Nachmittag ist es passiert. Im August 2019 bin ich aufs Zemd Neumär in Brugg. Beim Treffen mit seiner Tochter, der Mutter und der Grossmutter kommt es zum Streit und der Mann verletzt das vierjährige Mädchen schwer. Ein Helikopter fliegt das Kind in kritischem Zustand ins Spital. Heute bringt die Aargauer Staatsanwaltschaft ein wenig mehr leicht in diesem Fall. Die Ermittlungen haben gegeben, dass der Mann das Mädchen plötzlich an der Hüfte gepackt haben und den Kopf voran mit voller Wucht an Boden schleudern haben. Und ein zweites Mal haben das Kind mit dem Kopf voraus an den Boden gehalten. Nur weil andere Leute geholfen haben, ist der Mann nicht weiter auf das Mädchen los. Das steht in der Mitteilung vor der Staatsanwaltschaft. Sie klagt den Mann an, unter anderem wegen versuchten Mord. Versuchten Mord. Einen heftigen Vorwurf. Warum diese Anklage? Fiona Strebel sagt, die Sprecherin der Argauer Staatsanwaltschaft. Auch eine versuchte Tötung ist mit einer Tötungsabsicht verbunden. Wir haben aber den Beschuldigten wegen versuchten Mord angeklagt, weil wir die Ansicht sind, dass er hier besonders krupellos gehandelt hat. Zum Anklagenpunkt des versuchten Mords kommt noch eine schwere Körperverletzung dazu. Mehrfache Bedrohung und Beschimpfung von der Mutter und der Grossmutter des Meiji. Vor allem soll der Anklage aus dem Irak 20 Jahre ins Gefängnis. Dazu kommt eine Therapie, eine Geldstrafe und der Mann soll 15 Jahre nicht in die Schweiz reisen. Der heute 52-Jährige ist schon vorzeitig im Gefängnis. Seine Tochter hat sich unterdessen von den schweren Verletzungen erholt, heisst es bei der Argauer Staatsanwaltschaft. Der Mann ist also wegen versuchten Mord angeklagt. Der Prozess ist dann vor dem Beziehungsgericht Brug. Dann wird vielleicht auch klar, warum der Mann auf seine kleine Tochter losgegangen ist. Wenn das der Gerichtsprozess ist, das weiss man noch nicht. Nachrichten. Die Oltnerinnen und Oltner sollen im nächsten Jahr mehr Steuern zahlen. Der Steuerfuss soll um 4 Prozentpunkte hoch auf 112 Prozent. Das heisst in einer Mitteilung vom Stadtrat. Die Stadt brauche mehr Steuereinnahmen, weil die Stadt in den nächsten Jahren viel investieren will. Plannt sind ein neues Schulhaus mit Dreifachturnhallen, die Sanierung des Kunstmuseums oder auch der neue Bahnhofplatz. Mit den höheren Steuern soll es nächstes Jahr für einen Überschuss von 350'000 Franken längen. Das zeigt das Budget. Jetzt muss das Gemeinsparlament über die höheren Steuern entscheiden. Vor zwei Jahren waren die höheren Steuern schon einmal vorgeschlagen. Dann hat aber das Volk die Steuererhöhung abgelehnt. In einem Schulhaus in Wettig hat es gestern Nachmittag gebrannt. 30 Schülerinnen und Schüler mussten mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung behandelt werden. Drei mussten ins Spital. Der Brand ist während Sägearbeiten im Werkraum im Untergeschoss des Schulhauses ausgebrochen. Über die Absauganlage sei in diesem dicken Rauch ins Schulhaus gekommen, heisst es in einer Mitteilung der Aargauer Kantonspolizei. Das Feuer selber hat nicht zu grösseren Schäden geführt. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Mit Gas heizen wird in Aarau und in der Umgebung von Aarau teurer. Die Energieversorgerin Eniva geht nämlich mit den Gaspreisen hoch. Das teilt sie heute mit. Der Grund dafür? Das Erdgas sei auf dem internationalen Markt teurer geworden. Das will die ersten Halbjahre in Europa relativ kühl gewesen sein. Und will immer mehr Länder wegwenden vom Atom- und Kohlenstrom. Deniva versorgt Haushalten über 20 Gemeinden mit Gas. Von Erlinsbach bis Reinach. Nächste Woche ist der Rastplatz auf der A1 Ottmarsingen zu. Das will auf dem Rastplatz Ladeplätze für Elektrofahrzeuge installiert werden. Das teilt das Bundesamt für Strassen mit. Das kostet 300'000 Franken. Die Sperre geht vom Montagmorgen um halb neun bis am Freitagnachmittag um halb vier Uhr. Ein so sonniges Wetter wie heute, das war in diesem Sommer eher die Ausnahme gewesen. Das zeigt sich logischerweise auch, wenn man schaut, wie viele Leute in diesem Sommer in die Bade gegangen sind. In Zoltan und Zolotorn heisst es zum Beispiel, dass deutlich weniger Eintritte gezählt worden sind wie in einem normalen Sommer. Allerdings ist der Sommer 2021 nicht der schlechteste überhaupt. 2014 wollten noch weniger Leute in die Bade ins Welle planchen und schwimmen. Es gibt aber auch Bade, die auch dieses Jahr nicht so schlecht sind. Zum Beispiel das Regibad Zurzacht. Die Betriebsleiterin Monika Dietscher sagt. Ich denke, wir werden knapp, aber wir sollten eigentlich auch unsere Besucherzahl im 21 Jahr erreichen. Das Regibad Zurzacht ist allerdings ein bisschen ein Spezialfall, weil das Wasser mehr geheizt wird als ein anderer Ort und das Badraum auch bis Mitte Oktober offen hat. Das Regibad hat übrigens nichts mit dem Thermalbad Zurzacht zu tun, aber auch das Thermalbäder gehört zu den Gewinnern des regnerischen, kühlen Sommer. Das waren Mittagsinformationen von Ihrem Regionaljournal heute zu Abend. Geht es bei uns dann um die Aargauer Kunstturnerinnen und Kunstturner. Die bekommen nämlich ein neues Zuhause. Heute am Nachmittag ist der spaten Stich für das neue Aargauer Turnzentrum in Lenzburg. Das soll auch über den Aargau aus eine grosse Bedeutung haben. Mehr dazu hören Sie heute Abend um halb sechs Uhr. SRF Audio gee Ach, das ist die, dass wir uns dann noch einmal so gut machen. Das ist die, die wir uns dann schon mal, da sind wir jetzt noch so gut machen. Wir werden uns dann noch mal wieder, da sind wir immer noch so gut machen.